Musik Das Highlight, das war eindeutig der Bad Ischler-Budatanz. Also eine angebliche kulturelle Visitenkarte des Ausea-Landes in die ganze Welt hinausgeschickt. Ein paar komische Nackerte, die da so langsam auf der Bühne herumhubsen und irgendein Buda herumstreuen. Ich habe immer gedacht, so etwas gibt es nur im Hinterzimmer von Martin Hoh in Wien. Aber möglicherweise war das der Regisseur dieses ganzen Spektakels. Was weiß man denn? Was weiß man denn? Auf jeden Fall wieder einmal eine Sternstunde des Fortschritts, eine Sternstunde der modernen Kultur und eine Sternstunde natürlich auch des Kultur- und Bildungsauftrags des österreichischen Rundfunks. Braucht keiner mehr sagen, dass man nichts kriegt für seine Zwangsgebühren. Liebe Freunde, ich sage euch eines. Wart es noch ein bisschen mit dem Einzahlen, wenn das geht. Wart es noch ein bisschen? Weil die Befreiung von dieser Zwangsgebühr, mit der dieser ganze Wahnsinn finanziert wird, liebe Freunde, die steht hier vor euch auf der Bühne und diesem Rednerbult. Wart es noch ein bisschen? 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 Wart es noch ein bisschen?